Roulette Kesselgucken mit Software von Selmkkenzi Seltsamkkenzi Roulette System Autor de Seltsamkkenzi Werte Gambler Heute zeige ich Ihnen in dem Video, wie Sie ganz einfach in einem Internetcasino über das Internet Kesselgucken und gewinnen können. Als Hilfsmittel brauchen Sie nur unsere Software, die Sie kostenlos im Internet downloaden können und eine einfache Kamera. Bei der Kamera kann es sogar ein Fotoapparat sein bzw. eine Digitalkamera, die über den USB-Anschluss mit dem Computer verbunden sein muss. Es ist egal, was für eine Kamera verwendet wird. Ich verwende hier drei verschiedene Cameras als Beispiel, einmal eine alte VHS-Kamera, einen Digitalfotoapparat und eine Nikon-Fotokamera, jedes Gerät ist geeignet. Schauen Sie sich auf dem Video die Installation an. Ich habe hier alternativ einen kleinen Digitalkamera-Digitalfotoapparat benutzt und alternativ einen Nikon-Fotoapparat. Wenn Sie die unsere Selma Kinsey-Software eingeschaltet haben, sollten Sie die Kamera so fokussieren, dass das gesamte Kamerabild auf den Roulette-Kessel fixiert ist. Also entsprechend zoomen, weil die Software dann die Bildpunkte ausliest und schnell berechnen kann. Wichtig ist auch, dass Sie den Lautsprecher eingeschaltet haben, weil wenige Sekunden nach dem Kesseldreh die Software ausgibt, welcher Sektor noch schnell gesetzt werden muss. In den meisten Internet-Casinos können Sie ab Kugelabwurf nach bis zu 30 Sekunden noch setzen. Ich habe, wie Sie auf dem Video sehen, mir einen speziellen Lautsprecher gekauft, damit es sofort und deutlich zu hören ist, was die Software ausgibt. Und sehen Sie auf dem Video wie schnell ich noch schnell die wenigen Zahlen setze. Das sollten Sie üben, denn das muss alles in Sekundenschnelle gehen, bevor das Casino nichts mehr annimmt. Auf dem Video zeige ich Ihnen genau, wie die Geräte angeschlossen sein müssen, geht also mit jeder einfachen Digitalkamera, die nur verbunden mit dem Computer sein muss. So, und nun spiele ich live eine Runde Kesselgucken im Internet-Casino. Sie sehen wie ich meine Fotokamera positioniert habe, gezomt auf den Roulette-Kessel und dort steht ein Kropier und dreht nunmehr an. In der Nahaufnahme mit der gezomten Kamera ist nur der laufende Kessel zu sehen und die Software sagt, ich soll auf den Sektor 7 bis 3 setzen, das sind also die Zahlen 7,28,12,35,3. Wie Sie im Video sehen, habe ich diesen Zahlen ganz flott gesetzt bevor nichts mehr geht. Sie müssen das unbedingt üben, weil es alles sehr sehr schnell gehen muss. Ich habe meinen Einsatz, insgesamt 5 Stücke gesetzt und der Kessel dreht und jetzt fällt die Kugel in die Zahl 35ster Horror, gewonnen. Ich habe also 5 Stücke gesetzt und bekomme jetzt 36 Stücke zurück, Nettogewinn also 31 Stücke. Die Trefferquote ist so etwa 70%, nicht jeder Kuh ist ein Gewinn aber unterm Strich funktioniert das hervorragend und sie könne ganz bequem von zu Hause aus reich werden. Suchen Sie sich ein Internet-Casino, wo nach dem Kugelabwurf noch wenige Sekunden zum Setzen frei bleiben, dann klappt's. Und schauen Sie sich das Video genau an, ich habe Zug um Zug mit verschiedenen Cameres aus verschiedenen Perspektiven die Sache abgefilmt wie es funktioniert. Unsere Software gibt's gratis im Internet und Sie brauchen nur noch eine Digitalkamera, ein wenig Trockenübungen und dann kann's losgehen. Hmm.